hier hier gelandet komischer raum die stühle komischer war schon farbe dannlestվ ich mir einfach gucken als hier so bin gott hoffentlich sieht mich niemand hier sind glaube ich landscape god menschen riecht gut hier Okay, da vorne geht's raus, aber da ist auch eine Tür. Mal gucken. Vorsichtig. Was gibt's denn da drin zu sehen? Das riecht aber auch lecker. Jetzt bin ich ein bisschen ratlos. Oh Gott, oh Gott, ein Mensch. Oh, ich geh mal mit rein. Riecht das gut hier. Okay, das ist aber ein seltsamer Flur. Das ist so eine komische Farbe. So. Na, was riecht's denn hier? Oh, das sind Stimmen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, kommt jemand? Schnell weg. Gott sei Dank, der ist ja fast auf mich getreten. Der scheint da aber rausgekommen zu sein. Und wo geht's denn da hin? Oh, du, was ist denn da? Oh, darum läuft Fernsehen. Gucken die da die ganze Zeit Fernsehen. Mal sehen. Oh, da sitzt da jemand. Schnell verstecken. Da sollte ich wahrscheinlich nicht drauf beißen. Das schmeckt nicht so gut, glaube ich. Oh, ein Fuß. Oh mein Gott. Oh, shit, die haben mich gesehen. Oh Gott, schnell zurück. Ah, oh Gott. Geh weg von mir. Ah, mach deine Griffe von mir weg. Ihh. Ah, nö. Hilfe, Hilfe. Ah.